Der Kopfspieler mit drei Stammträger einzubrufen und Janschweinaus-Spieler gegen Erich Graus mit einem Kopfballspiel. Doppel 1 gegen Erich, Doppel 2, Graus mit einem, Doppel 3, Kopfballspiel. Wir beginnen an 1,7. Der Kopfspieler gegen Erich gegen Kopfspieler, Doppel 8, Graus mit einem, die üfert, und auch die Gäste zu zählen. Ich danke den Spielen.